Eine angenehme Einkaufsatmosphäre. Topmodern und hochspannend. Der neue Hemmexpert in Bietigheim-Bissingen. Monatelang wurde gebaut, um die großzügige Verkaufsfläche mit modernster Warenpräsentation auszustatten. Vom Feedback-Terminal über schicke Highlight-Möbel bis hin zur taghellen, energiesparenden LED-Beleuchtung entspricht die Ausstattung dem allerneuesten Stand des Ladenbaus. Ein offenes, kostenloses WLAN-Netz für Kunden gehört ebenso zum Ausstattungsstandard wie ein Online-Terminal, an dem der Kunde schnellen Zugriff auf das Gesamtsortiment von Hemmexpert hat. Als regelmäßiger Testsieger stehen wir für zuverlässigen Service und exzellente Qualität. Und das zu attraktiven Preisen. Neben vielen spannenden Aktionen und sensationellen Angeboten freuen sich die Kunden hier auf ein freundliches, hochmotiviertes und kompetentes Team. Neue Präsentationssysteme, die Shopping zum Erlebnis machen. Neue Produktwelten, bei denen kein Wunsch offen bleibt. Heute schon erfahren, wie man morgen shoppen wird. Und natürlich die neuesten Angebote, die einfach unwiderstehlich sind. Also ich finde es sehr schön, es ist übersichtlich, nette Mitarbeiter, sehr modern und bis jetzt habe ich echt nur einen positiven Eindruck davon. Es ist sehr schön und hell vor allem, das ist sehr wichtig. Und ich bin begeistert, es ist sehr schön. Top ausgebildetes Fachpersonal, hochmotivierte Mitarbeiter, kundenorientierte Beratung. Hemmexpert. Ihr Elektromarkt in Bietigheim-Bissingen.